Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. 8.4 Didi Das letzte Album von 8.4 Hyperaktiv erschien im August 2019. Knapp ein Jahr später meldet sich das steuerfreie Mani Oberhaupt mit seinem achten Soloalbum zurück. Den Albumtitel widmete 8.4 seinem 2011 verstorbenen Vater. Didi beinhaltet 15 Tracks. Features kommen unter anderem von BOZ, Herzog und Taimo. Das Album kommt über Walk This Way Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.